Und willst du mir damit sagen, dass es sich da um dich handelt oder wer er ist? Ich verstehe. Ja, gut. Der Geist hat ihn auf Warteschleife gelegt. Tragen Sie den Namen Gregory? Mein Vater. Jetzt verstehe ich. Du bist Gregory. Er ist dein Sohn. Ist Ihr Name Daniel? Ja. Ich habe nämlich dieses Bild empfangen von Daniel in der Löwengrube. Gregory sagt, sie hätten seine Leiche gefunden. Oh mein Gott. Es tut ihm sehr leid. Er weiß, wie traumatisch das war. Er konnte den Schmerz nicht mehr ertragen. Gregory, verzeih mir. Könntest du das wiederholen? Er möchte, dass Sie erfahren, dass er dort bei Ihnen war und dass Sie ohne ihn weiterleben sollen. Ja, nur zu. Gibt's ein Problem? Was läuft denn hier? Nein, bitte, fahre fort. Er kann dir nichts tun. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich verstehe. Ja. Ich spüre deinen Zorn. Mit wem zum Geier quatschst du? Charles. Ja, ja, du hast einen Sohn. Du, du bist bei deinem Sohn? Das ist doch kacke. Ich habe keine Kinder. Oh, oh, Sunny. Pagano? Ein freundlicher Geist. Ist dein Name Sunny? Nee. Charles Pagano. Verfluchte Scheiße. Woher weißt du das? Er sagte, er war ihr Erster. Aber ich spüre noch viel mehr. Nee. Der da lacht. Gift Efeu? Er möchte wissen, ob es immer noch juckt. Verarsch mich nicht. Wer redet da mit dir? Ich fürchte, ich muss Sie auffordern zu gehen. Wieso? Was reden die da für Scheiße? Möchten Sie wirklich, dass ich das sage? Ich scheiße auf dich und diesen Blödsinn. Genau das ist das hier doch. Satanische Schwarze Magie. Kranke Scheiße. Ich bitte Sie zu gehen, Sir. Ja. Scheiß Schwuchtel! Was für ein Mensch? Oh, was du! Ja. So zwar sollst du gehen. Du. Du.